Der RTL Kinosommer Diese Serie macht glücklich Dr's Diary, die neuen Folgen, ab morgen, 20.15 Uhr Sie wissen, was High Heels für Ihre Beine tun? Oh la la Tun Sie es jetzt für Ihre Wimpern Neu von Maybelline Jade High Heel Mascara für ultimative Länge Wimpern sofort verwandelt Bis zu 70% mehr Längeneffekt 100% mehr Wirkung Das Geheimnis? Unsere Grip and Extend Bürste gibt umwerfende Länge Streckt jede Wimper zu einer sexy Spitze Mit Provitamin B5 für schwarzen Lackglanz Das heißeste, was Wimpern jemals tragen werden It's Showtime Neu High Heel Mascara Ich fühle mich schön mit Maybelline Jade Wenn Babynahrung lang gekocht wird, können Nährstoffe und natürlicher Geschmack verloren gehen Naturness von Nestle bewahrt das Gute der Natur In unserem Naturness-Garverfahren werden die Bio-Zutaten einzeln Dampf gegart und besonders schonend haltbar gemacht Nährstoffe und natürlicher Geschmack werden so geschützt Das sieht man und das schmeckt man In Deutschland in den Urlaub Für drei Zentimeter Höchstleistungen sind unsere Leidenschaft Samsung 10.000 Verbraucherinnen haben gewählt Die Haarpflegeserie des Jahres ist Fructis Volumen Restruktur Baut das Haar im Innern auf Sichtbar und fühlbar Für 100% Volumen, ganz ohne Silikone Überzeugen auch Sie sich von der Haarpflegeserie des Jahres Fructis Volumen Restruktur Denk an dich Gar nie Auf einmal ging alles so einfach Bei ihr kann ich so sein, wie ich bin Bei Parship haben sich bereits zehntausende Paare gefunden Basierend auf 30 Persönlichkeitsmerkmalen und wissenschaftlicher Erfahrung Jetzt kostenlos testen bei rtlpartnersuche.de Powered bei Parship.de Jetzt neu die Volumenaufbausprüllkur von Fructis Einfach aufgesprüllt wird das Haar in der Tiefe aufgebaut Für 100% Volumen ohne zu beschweren Garnier Vergessen Sie nasses Geschirr nach dem Spülen Jetzt gibt es das neue Somat 9 mit dem Extra-Trockeneffekt Somat 9 beseitigt selbst hartnäckige Verschmutzungen Und sorgt für den Extra-Trockeneffekt Sogar auf Plastik Perfekte Sauberkeit, die man hören und sehen kann Das neue Somat 9 Das ist das neue iPhone Damit kannst du ziemlich unglaubliche Sachen machen Du kannst eine Nummer kopieren Und in eine Textnachricht einfügen Du kannst einen Artikel kopieren Und in eine E-Mail einfügen Du kannst auch eine Karte kopieren Und, na du weißt schon Copy & Paste Auf dem iPhone 3GS Dem leistungsstärksten iPhone aller Zeiten 30 Jahre Media Markt Das große Jubiläumsfinale Alle Produkte ab 300 Euro Ohne 19% Mehrwertsteuer Vom 10. bis 12. August Nur 3 Tage ohne 19% Mehrwertsteuer Das große Jubiläumsfinale Media Markt Ich bin noch nicht blöd Ich danke euch! Du bist DSDS Die beste Zeit deines Lebens Bewirb dich jetzt Bei Deutschland such den Superstar Alle Infos dazu im Netz Bei RTL.de Ja dabei ist alles Morgen bei Drs Diary Ein ganz normaler Tag für Gretchen Zuerst Männer verzaubern Hallöchen, Frau Doktor Hübsche Haare übrigens mal wieder Dankeschön Ich nicht oder was? Danach Leben retten Lass uns an Du sorgst die Lunge an Entschuldigung Anschließend ein bisschen Rache nehmen Du bist schon ein dickerer Arsch und so Schmerzgeblätter Ups, ist für mich doch glatt Und das Bett gefallen Und am Ende Wo ist das böse Männchen? Richtig Spaß haben Wie geil seid ihr denn? Drs Diary, die neuen Folgen Morgen 20.15 Uhr Morgen Setzen Der Lehrer kommt Seine Klasse ist beinhart Was willst du jetzt machen, Wichser? Doch seine Methode ist unschlagbar Kampfgeist Ey Wichser, du kleiner Picker Mut Sagt, was ich will Ich brauche ja scheiß Regeln Und Leidenschaft Wir brauchen nämlich so Leute wie dich an der Schule Manchmal ein bisschen zu viel Ist das eine Schülerin? Diesen Lehrer haben wir uns alle gewünscht Meinen wegen hast du Der Lehrer, neu Morgen 21.15 Uhr Mein RTL Du kannst ein Artikel kopieren Und in eine E-Mail einfügen Du kannst doch eine Karte kopieren Und, na du weißt schon Copy und Paste Auf dem iPhone 3GS Dem leistungsstärksten iPhone aller Zeiten 30 Jahre Media Markt Das große Jubiläumsfinale Alle Produkte ab 300 Euro Ohne 19% Mehrwertsteuer Vom 10. bis 12. August Nur drei Tage ohne 19% Mehrwertsteuer Das große Jubiläumsfinale Media Markt Ich bin noch nicht blöd Man kann nie wissen, wann Besuch vor der Tür steht Aber wenn man weiß, dass Gerüche sich in Textilien festsetzen Und von dort in die Luft gelangen Kann man vorbereitet sein Febris Textiler Frischer Entfernt Gerüche langanhaltend Damit ihr zu Hause einladend frisch bleibt Febris Für mehr frische in ihrem Zuhause Nur für kurze Zeit Die Original Coca-Cola Gläser im neuen Design In sechs verschiedenen Farben Gratis zu jedem Mac-Menü Das Mac-Menü Die clevere Wahl und bis zu 2,60 Euro günstiger Kennen Sie schon den Allzweckreiniger von Terra Aktiv? Fand ich sofort gut Ist nämlich auf Basis nachwachsender Rohstoffe Und hat trotzdem richtig Power Bio und Kraft eben Steht ja auch drauf So putzt man heute Terra Aktiv Die neue Qualität Bio und Kraft Henkel Mit der Zeit verlieren die Lippen Kollagen Falten bilden sich Und die Lippen werden schmaler Wünschen auch Sie sich sichtbar jüngere Lippen? Neu! Kollagen-Auffüller-Lippen Die erste Doppelpflege für Lippen von L'Oreal Schritt 1 Kollagen-Biosphären für geglättete Konturen Schritt 2 Hyaluronsäure für Lippen wie aufgepolstert Meine Lippen sind wie neu definiert Mehr Kollagen, mehr Jugendlichkeit Neu! Kollagen-Auffüller-Lippen von L'Oreal Paris Weil wir es uns wert sind Elena Die Wunderstimme mit dem Album des Jahres I Believe in You 17 atemberaubende Songs Elena I Believe in You Jetzt auf CD und als Download Es gibt einen einfacheren Weg zu einem permanent frischen WC WC Frisch 3 Aktiv Der erste WC-Spüler mit extra lufterfrischer Perlen Hält Ihr WC permanent duftend und frisch Auch zwischen den Spülungen WC Frisch 3 Aktiv Mein WC ist WC Frisch Spüren Sie den Herzschlag des Spiels Rufen Sie jetzt an 0180 55 100 55 Äh, kann ich Ihnen helfen? Ja, gerade hier gibt es heiße Tipps Sie können sich bei uns ganz unabhängig beraten lassen Wir suchen etwas, was es woanders nicht gibt, Süße Unabhängige Beratung für Mobilfunk und DSL gibt es nur bei uns Und das ist günstiger als Sie denken Nur wer unabhängig ist, kann auch unabhängig beraten Mobil.com, Debitel Wie schlau ist das denn? Übrigens, Ihr Bart macht sich gerade unabhängig Get in the Game mit dem Gillette Fusion Gamer Ja Fusion hat 5 enger aneinanderliegende Klingen Für wenige Hautirritationen Selbst beim Rasieren gegen den Strich Teste jetzt die angenehmste Rasur von Gillette Fusion Gillette für das Beste im Mann Get in the Game Mit dem Gillette Fusion Gamer Für weniger Hautirritationen Hol Dir die Limited Edition Jetzt zum Einstiegspreis Bester Importwagen seiner Klasse Bester Minivan Platz 1 in der ADAC Pannenstatistik 2008 Die besten testen jetzt bei Citroën Citroën, Kreativ Technologie Letzte Chance auf die Umweltprämie Und auf insgesamt bis zu 6.300 Euro Gesamtvorteil So bekommen Sie den Citroën C4 Picasso schon ab sensationellen 14.950 Und den Citroën Berlingo ab 9.990 Euro Der RTL-Kinosommer Habt ihr gehört? Merlin ist zurück Mit seiner Magie erschuf er ein Königreich Für Camelos Doch sein Traum wird verraten Was ist deine Falle? Wir müssen sie alle vernichten Und die letzte Hoffnung ist Jack Der mächtige Zauberer Ist das alles? Mach mich zu deinem Schüler Niemand darf überleben Wir müssen uns verbünden Merlin 2 Der letzte Zauberer Samstag, 20.15 Dienstag CSI Miami mit einer Doppelfolge Hilfen Sie mir bitte Zwei Tote, ein Verletzter Es gibt einen Überlebenden Woran erinnern Sie sich? Er kam rein und hat gleich geschossen Doch die Geschichte hinkt Seine Knöchel sind ganz abgeschrammt Er hat sich gewehrt Jetzt bin ich verwehrt Ich will die ganze Sache nochmal rekonstruieren Und zwar gründlich Es sind auch jede Menge Fingerabdrücke Nach was genau suchst du denn? Hier stimmt irgendwas nicht, Alex Gab es einen Komplizen? CSI Miami mit einer Doppelfolge Dienstag, 20.15 Mein RTL Weiber Kinder Wie viel? Setzen Der Lehrer kommt Der Lehrer Neu Morgen 21.15 77% der Dermatologen in Deutschland bestätigen Der Wirkstoff Zinkpyrition ist besonders effektiv gegen Schuppen Head & Shoulders enthält Zinkpyrition Und beseitigt bis zu 100% aller sichtbaren Schuppen Und pflegt Kopfhaut und Haar Testen auch Sie den zweifachen Testsieger von Stiftung Warentest Head & Shoulders Classic Clean Wir sind die Landliebebauern Und wir sagen Ja Ja Zu traditionellen Futterpflanzen Ohne Gentechnik Etwas anderes bekommen unsere Kühe nicht Darauf sind wir stolz Traditionelle Fütterung ohne Gentechnik Für gute Landliebe Landmilch Nur für kurze Zeit Die Original Coca-Cola Gläser im neuen Design In sechs verschiedenen Farben Gratis zu jedem Mac Menü Das Mac Menü Die clevere Wahl und bis zu 2,60 Euro günstiger Rhythm Stelmundo Classics Weltstars interpretieren Welthits im Buena Vista Sound Mit den Rolling Stones The Killers Jack Johnson Katie Tunstall Das spektakuläre Album Rhythm Stelmundo Classics Jetzt als CD und Download 30 Jahre Mediamarkt Das große Jubiläumsfinale Alle Produkte ab 300 Euro Ohne 19% Mehrwertsteuer Vom 10. bis 12. August Nur drei Tage ohne 19% Mehrwertsteuer Das große Jubiläumsfinale Mediamarkt Ich bin noch nicht blöd Design, das bewegt Selbst wenn es sich nicht bewegt Wir nennen das Ford Kinetic Design Erleben Sie jetzt Ford Kinetic Design mit dem Ford S-Max Get in the Game mit dem Gillette Fusion Gamer Ja! Fusion hat fünf enger aneinanderliegende Klingen für wenige Hautirritationen Selbst beim Rasieren gegen den Strich Teste jetzt die angenehmste Rasur von Gillette Fusion Orin! Gillette für das Beste im Mann Get in the Game Mit dem Gillette Fusion Gamer Für weniger Hautirritationen Hol dir die Limited Edition Jetzt zum Einstiegspreis Natürlich Rein Krombacher Ein Geschmack so einzigartig wie seine Natur Mit Felsquellwasser gebraut Krombacher Eine Perle der Natur Sehr gut Sagt auch Öko-Test Bei Parship haben sich bereits zehntausende Paare gefunden Finden auch Sie den Partner, der wirklich zu Ihnen passt Jetzt kostenlos testen bei RTL-Partnersuche.de Ein harmloser Steinschlag? Nicht bei dieser Hitze Wenn die kalte Luft der Klimaanlage auf die heiße Scheibe trifft, kann sie reißen Wir bei Carglass können einen Steinschlag reparieren, ohne die Scheibe auszutauschen Und das ist für Kasko-Versicherte absolut kostenlos Steinschlag? Direkt zu Carglass Oder anrufen 0800 7 mal die 2 Carglass repariert Carglass tauscht aus Oder in die Karibik Jetzt online buchen und bis zu 50% Last-Minute-Rabatt sichern Wir schicken Deutschland in den Urlaub www.ab-in-den-urlaub.de So sehen Sieger aus Siel eins für alles Testsieger bei Stiftung Warentest Hier findest du die coolsten Musikvideos der größten Stars Comedy Die witzigsten und schrägsten Videos zum Kaputtlachen und Weiterleiten Start watching on Clipfish News und Lifestyle Hier findest du aktuelle Videonews Dein aktuelles Horoskop Und dein Fitnessprogramm Kino, TV, Musik, Comedy, News Das neue Clipfish Die besten Clips im Netz Dieses Design hat eine Mission Dieser Antrieb hat eine Mission Unsere Mission weniger Emission Mit Euro 5 oder das Blue Lion Modell Der Peugeot 308 Näher an der Natur Schon ab 10.700 Euro Inklusive Umweltprämie Und Bar-auf-die-Hand-Bonus Der RTL-Kinosommer Als Freundin Ist sie einfach Oh ja Was uns verbindet ist Etwas wirklich Besonderes Als Ex Du machst Schluss mit mir Die Hölle auf Erden Das wird dir noch Sowas von Leid tun Ich habe dich gewarnt Juma Thurman Luke Wilson Die Super-Ex Die Free-TV-Premiere Nächsten Sonntag 20.15 Uhr SpielTV gleich unter anderem mit diesen Themen Ende eines monatelangen Albtraums Die Rückkehr der Hansa Starwanger Und einsam auf dem Hof Jungbäuerinnen auf Partnersuche Diese Themen gleich bei Spiegel TV Mein RTL Doping für die Haare Damit hat Alpecin viel Aufsehen erregt Wir fragten Laburchef Dr. Klenk Was passiert eigentlich bei erblich bedingtem Haarausfall? Die Wachstumsphasen der Haarwurzeln verkürzen sich immer mehr Und das kann Alpecin mit Koffein verhindern? In der Tat Das Koffein trägt dazu bei Die Wachstumsphasen wieder zu verlängern Deshalb heißt das Pflichtprogramm gegen Haarausfall Alpecin Liquid und Koffein Shampoo Doping für die Haare Nur für die Haare Guten Abend und herzlich willkommen zu Spiegel TV aus Hamburg Bei uns geht es heute um diese Themen Ende eines Albtraums Die Hansa Starwanger ist frei Einsam im Stall Jungbäuerinnen auf Partnersuche Für Dumpverkauf Die Tricks von KK Royal Und abholzen oder nicht Streit um die Hitler-Eiche Ich bin der glückliche Kapitän eines unglücklichen Schiffes Mit diesen Worten beschrieb der Kapitän der Hansa Starwanger gestern das Ende seines viermonatigen Martyriums 2,7 Millionen Dollar Lösegeld hatte die Reederei zuvor für die Freilassung seiner Crew und seines Schiffes bezahlt Zielgenau abgeworfen aus einem Flugzeug Für die Piratenindustrie, die in Speedbootartiger Geschwindigkeit expandiert ein weiterer Geschäftserfolg Für die Bundeswehr, die laut Grundgesetz wieder keine Geiseln befreien durfte ein weiterer Misserfolg Erst als alles vorbei war, durfte die Truppe eingreifen und die Besatzung der Hansa Starwanger mit frischen Zahnbürsten versorgen Spiegel-TV-Auto Peter Hell war dabei, als das Schiff in Mombasa einlief Es ist das Ende eines Martyriums Nach 121 Tagen Geiselhaft wird die Hansa Starwanger am Samstag von einem kenianischen Lotsenboot in Empfang genommen Sie sind das erste Schiff, das wir reinholen Das Marineschiff wird Ihnen folgen Die kenianische Hafenstadt ist oft die erste Anlaufstation für Schiffe nach der Freilassung durch Piraten am Horn von Afrika Manchmal haben sie nicht mal mehr Kleider an Die wurden von den Piraten geklaut, das Geld auch Um den Frachter sicher durch die Untiefen vor Mombasa zu leiten, klettert ein Lotse an Bord Diesmal eine friedliche Änderung Für die Crew und Kapitän Kotyuk sind es nur noch ein paar Seemeilen bis zur Freiheit Emotionen über Bordfunk Ich habe immer Hoffnung gehabt, weil ich bin ein sehr optimistischer Mensch Aber nach vier Monaten meine Hoffnung war, sich reduziert bis geht nicht mehr Das Einlaufen der Hansa Starwanger in den Hafen sichert ein Trupp Soldaten der Bundesmarine Eine reichlich verspätete Abschreckungsstrategie Die Odyssee der Hansa Starwanger beginnt am 4. April Das Containerschiff fährt 600 Kilometer vor der kenianischen Küste Richtung Norden In diesem Teil des Indischen Ozeans wimmelt es von Piraten Überfälle auf der stark befahrenen Handelsroute Richtung Golf von Aden sind an der Tagesordnung Die meisten Seeräuber stammen aus den gesetzlosen Regionen Somalias Einst verdienten die Männer ihr Geld mit dem Fischfang Jetzt gehen sie mit Schnellbooten, Panzerfäusten und Kalaschnikows auf Beutezug Am Morgen jenes 4. April erwischt es auch die Starwanger Auf dem Radar entdeckt der 2. Offizier einen sich schnell nähernden Punkt Im Boot sitzen nur 5 Piraten Doch sie feuern sofort Mit Glück überlebt der Kapitän den Angriff Dann beginnt der Nervenkrieg Die Piraten melden sich bei der Hamburger Reederei Leonard und Blumberg Sie wollen Lösegeld 15 Millionen Dollar ist die erste Forderung Das Geschäft mit der Freiheit wird zu einem Zehen ringen Und folgt festen Ritualen Kaum einer kennt die Abläufe besser als Endrom Wangura Der ehemalige Matrose agiert immer wieder als Vermittler zwischen Piraten und den Reedereien Die Kommunikation läuft über Satellitentelefon Vom Schiff zur Küste Von dort dann zum Räder Normalerweise dauern die Verhandlungen 6 Wochen Vom Kapern des Schiffes bis zur Freilassung durchschnittlich 6 Wochen Aber wenn man sieht, dass es bei dem deutschen Schiff mehr als 4 Monate gedauert hat Muss da was falsch gelaufen sein Ausgangspunkt des maritimen Terrors sind berüchtigte Piratennester an der somalischen Küste Wie Haradere In Sichtweite des Ufers ankern die gekaperten Schiffe und warten auf ihre Freilassung Auch die Hansa Starwanger wird hierhin verschleppt Vier Besatzungsmitglieder werden sogar kurzzeitig an die Küste gebracht Die Fotos nach Deutschland geschickt Bis zu 30 Piraten bewachen das Schiff und werden von Land aus versorgt Die Stimmung auf dem Schiff wird immer bedrohlicher Wochenlang hört die Crew nichts von ihrer Reederei Die Verhandlungen liefen nicht gut Manchmal wurden sie unterbrochen, manchmal gerieten sie ins Stocken Manchmal gab es Missverständnisse zwischen dem Räder und den Piraten Vielleicht hat der Räder einfach nur mit den falschen Leuten gesprochen Oder er hat die falschen Leute für die Verhandlungen eingesetzt Es lief einfach alles sehr stockend Zwischendurch wurde die Crew ja sogar an Land gebracht Das war sehr gefährlich Am vergangenen Montag dann die Einigung Das rettende Lösegeld kommt per Luftfracht Zwölf Minuten nachdem die Piraten das Schiff verlassen Treffen Einheiten der Bundeswehr an der Stavanger ein Und versorgen die Crew mit dem Nötigsten Zahnhygienische Artikel, Nahrung